Hallo zusammen, mich ist wieder heute und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder den Great Vault öffnen. Und dazu war ich letzte Woche, naja, ich muss ehrlich sagen, was hier den Vault angeht, nicht wirklich fleißig. Ich habe nur einen einzigen Slot gefüllt, denn ich habe einen Haufen Collection Stuff gemacht und war jetzt nicht so viel Arena am Spielen. Aber nichtsdestotrotz brauche ich auf jeden Fall noch einen Sockel für den Ring, den ich mir jetzt demnächst kaufen kann. Und den holen wir uns jetzt, außer es ist natürlich ein Item drin, das so schon einen Sockel hat auf einem anderen Slot. Dann wäre das natürlich wesentlich besser und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Was haben wir drin? Wir haben Handgelenke drin, die haben leider keinen Sockel drauf. Sehr, sehr schade an der Stelle. Ein T-Mock wäre es natürlich noch nice, weil das glaube ich ein anderes Set ist und nicht das, was ich beim Druid trage. Aber ich muss fast diese zwei Marken nehmen, denn mit den Marken wiederum können wir uns bei einem anderen NPC bei dem Kollegen hier, glaube ich, nochmal einen Sockel-Slot kaufen. Das machen wir jetzt. Und den will ich nämlich auf den zweiten Ring drauf basteln. Da muss ich jetzt mal gucken. Ich habe jetzt hier noch ein PvE-Item. Da werde ich wahrscheinlich noch ein PvP-Item holen und die Waffe wird ja auch noch geändert. Das heißt, nächste Woche müssen wir wieder gucken, dass ich ein bisschen mehr Arena mache. Wobei, für die Waffe habe ich schon fast die Punkte zusammen. Und dann kaufen wir uns vielleicht die Waffe und einmal den Ring. Dann können wir nämlich auch hier das Ding drauf basteln. Aber Sockel-technisch sieht es jetzt gut aus. Ich habe quasi auf den Items, wo man Sockel drauf haben kann, schon mal das Zeug. Und ja, mal gucken. Demnächst ein bisschen mehr PvP noch spielen. Dann sollte das durchaus drin sein, das volle Gear. Gut, das war es eigentlich schon wieder mit dem kleinen Kisten-Opening. Hat mich gefällt, dass ihr bei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der Woche wieder. Und dann gucken wir mal, was wir dann rausnehmen können. Ich war jetzt vorhin gerade auch ein bisschen in Raid drin. Heißt, da können wir dann wieder ein bisschen Raid-Gear auch holen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.